Hallo Leute, Apple hat mit macOS 15 Sequoia das nächste große Update für den Mac vorgestellt. Und in diesem Video zeige ich euch die 50 wichtigsten neuen Funktionen und Veränderungen, die es hier zu finden gibt. Mit welchen Mac-Modellen macOS 15 kompatibel ist, bekommt ihr mal hier aufgelistet. Zum Beispiel MacBook Air ab 2020 oder MacBook Pro ab 2018. Passend zu so einer neuen macOS-Version gibt es auch wie immer ein neues Hintergrundbild, sowohl in einer hellen als auch einer dunklen Erscheinung. Und ebenso auch der dazugehörige Bildschirmschoner mit dieser Animation und dem fließenden Übergang, den ihr da gerade seht. Zu sehen sind hier übrigens die berühmten Sequoia bzw. Mammutbäume aus dem Sequoia Nationalpark in Kalifornien. Daher also auch der Name der neuen macOS-Version. Und wie ihr seht, eine richtige Aufnahme sowohl als Bildschirmschoner als auch als Hintergrundbild gibt es hier auch. Und dann gibt es mit Macintosh noch ein neues Hintergrundbild, in verschiedenen Farben oder Varianten, wie ihr seht, bei dem immer wieder verschiedene klassische Elemente des ersten Macintosh eingeblendet werden. Eine der interessantesten Neuerungen ist hier eigentlich iPhone-Mirroring. Suche ich im Finder, danach wird mir das auch angezeigt und auch unter meinen Apps ist es nach dem Update hinzugekommen. Doch wie einige von euch wissen, ist das aktuell in der EU leider nicht verfügbar. Klicke ich es an, steht hier auch geschrieben, ist in deinem Land oder deiner Region nicht verfügbar. Zwar berichten schon einige Nutzer von einer Möglichkeit, das zu aktivieren, indem man auf iPhone und Mac die Region auf USA stellt, aber auch eine US-Apple-ID hat, aber für die alltägliche Nutzung ist das jetzt natürlich nicht praktisch. Das heißt, hier müssen wir uns leider noch gedulden, was ich persönlich auch wirklich schade finde. Um was es hier geht, möchte ich euch trotzdem kurz zeigen. Damit soll es dann möglich sein, sein iPhone am Mac einzublenden, vor allem aber auch komplett über Maus und Trackpad zu steuern. Audio soll dabei auch übertragen werden und das iPhone bleibt dabei gesperrt. Bin ich also gerade am Mac, muss ich das iPhone gar nicht extra in die Hand nehmen und kann es stattdessen direkt hier machen. Benachrichtigungen vom iPhone sollen übrigens dann auch am Mac eingeblendet werden. Klicke ich auf so eine Benachrichtigung, wird mir das iPhone am Mac auch gleich an dieser Stelle oder in dieser App geöffnet. Dazu kommen soll dann auch noch Drag & Drop, also die Möglichkeit, Dateien zwischen iPhone und Mac in diesem Modus hin und her zu ziehen. Eine Sache, die wir schon länger von Windows kennen oder auch am Mac von diversen Drittanbieter-Apps, gibt es jetzt unter macOS 15 aber endlich hier offiziell. Nämlich die Möglichkeit, Fenster einfach auf die Seite zu ziehen, sodass sie dann in einer gewissen Form irgendwo platziert werden. Ihr seht, bevor man das Fenster loslässt, bekommt man auch immer eine kurze Vorschau und erst wenn man das Fenster loslässt, landet es dann eben in der vorgegebenen Form an dieser Stelle. Eine weitere Möglichkeit, um das zu nutzen, ist, indem man mit der Maus auf diesem grünen Button hier drauf bleibt. Dann werden einem die ganzen Möglichkeiten eingeblendet und ich kann dann eben hier direkt auswählen, was mit dem Fenster passieren soll. Ziehe ich das Fenster von dieser fixierten Stelle wieder weg, seht ihr, dass es wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Nach dem Update auf macOS 15 wurde mir nach dem erstmaligen Öffnen des App Stores Folgendes angezeigt. Große Apps und Spiele brauchen jetzt weniger freien Speicherplatz, um die Installation zu starten. Außerdem kannst du Downloads jederzeit anhalten und fortsetzen. Unter macOS 15 wurden noch einige Änderungen an der Einstellungen-App vorgenommen. Genau genommen ist in dieser Seitenleiste hier vieles umstrukturiert worden und hat jetzt einfach eine andere Ordnung oder Reihenfolge. Ähnliches gilt auch für den Punkt allgemein. Dazu kommt ja auch noch diese neue Darstellung im oberen Bereich. Und auch der Bereich Datenschutz und Sicherheit wurde überarbeitet. Also auch hier findet sich eine neue Struktur bzw. eine gewisse optische Überarbeitung. Oder in den Einstellungen hier unter Allgemein, unter Anmeldeobjekte und Erweiterungen, finden sich ebenfalls diverse Anpassungen im Vergleich zu macOS 14. Und hier in den Einstellungen unter der Apple ID wurde auch der Bereich iCloud überarbeitet. Auch hier gibt es jetzt diverse optische Anpassungen und eine neue Struktur. In Facetime gibt es jetzt neue Hintergründe. Also so ähnlich wie wir es auch von diversen anderen Apps dieser Art kennen, kann ich jetzt auch hier so einen Hintergrund einfügen, der sich dann eben hinter mir befindet und dann eben statt meiner tatsächlichen Umgebung zu sehen ist. Neben diesen schönen Aufnahmen vom Apple Park kann ich auch meine eigenen Aufnahmen nehmen oder zwischen einfachen Farben wählen. Und über den Bereichen könnte ich das dann auch jederzeit wieder ausschalten. Verbessert wurde hier auch die Bildschirmfreigabe. Ich kann jetzt hier also besser festlegen, was die anderen sehen sollen und was nicht. Eine neue, direktere Möglichkeit, um ein externes Speichermedium zu formatieren, ist jetzt hier hinzugekommen, indem ich einen Sekundärklip mache, auf Laufwerk löschen klicke und dann eben die entsprechenden Optionen angezeigt bekomme. Einigen von euch ist sicher bekannt, dass es am Mac schon seit langer Zeit vorinstalliert Schach gibt. Unter macOS 15 wurde das optisch etwas aufgefrischt. In Safari wurde mal der Punkt Datenschutzbericht optisch ein wenig überarbeitet. Hier oben gibt es jetzt einen neuen Button. Was sich dahinter befindet, ist teilweise aber schon bekannt, war nur an einer anderen Stelle, also zum Beispiel der Seitensum oder die Webseite-Einstellungen. Ganz neu hinzugekommen ist hierbei die Funktion Ablenkende Objekte ausblenden. Laut Apple funktioniert das allerdings mit Objekten, die sich laufend ändern, wie Werbung zum Beispiel, nicht dauerhaft. Aber grundsätzlich ist es damit möglich, einzelne Elemente auf einer Website anzuklicken und dann einfach zu entfernen. Vor allem merkt sich Safari das auch, das heißt, wenn man auf diese Seite zurückkommt, dann bleibt es auch so, wie man es hinterlassen hat. Ob man auf einer Seite mal etwas ausgeblendet hat, zeigt einem dann dieses Icon hier oben. Und über diesen Button, über Ablenkende Objekte anzeigen, kann ich das Ganze, wie ihr seht, wieder rückgängig machen. Wird ein Video abgespielt, gibt es unter diesem neuen Button oben Video-Vorschau. Dabei wird das Video in so einem eigenen Fenster im Vordergrund geöffnet, das heißt auch Elemente von der Website rundherum rücken in den Hintergrund, werden ein bisschen dunkler hinten dargestellt und bereits bekannte Funktionen wie Bild in Bild kann ich dann über diesen Bereiche aktivieren und wie gewohnt nutzen. In Safari gibt es aber noch zwei weitere Neuerungen mit den Highlights und einer verbesserten Reader-Darstellung. Diese zwei Funktionen sind aktuell aber leider nur auf Englisch verfügbar. Der Bereich Passwörter wurde unter macOS 15 aus den Einstellungen entfernt. Stattdessen gibt es jetzt eine eigene Passwörter-App. Die ist natürlich mit Code oder Touch-ID gesperrt und darin findet sich dann alles, was mit Passwörtern zu tun hat. Website-Passwörter, Passkeys, Authentifizierungscodes oder WLAN-Passwörter. In der Nachrichten-App wurde dieses Menü hier überarbeitet, so ähnlich wie damals unter iOS und iPadOS 17. Neu hinzugekommen ist aber an dieser Stelle später senden. Damit ist es also möglich, eine Nachricht zum von mir hier festgelegten Zeitpunkt geplant zu versenden. Über einen Sekundärklick auf eine Nachricht habe ich ja hier diese Reaktionen. Die wurden optisch etwas überarbeitet, aber hinzugekommen ist auch die Möglichkeit, auf alle meine Emojis zuzugreifen, was die Auswahl hier natürlich deutlich vergrößert. Auf den ausgewählten Text hier kann ich über einen Sekundärklick jetzt Text-Effekte anwenden. Da sind folgende Effekte jetzt zur Verfügung. Einen wähle ich hier mal aus und so könnte das dann zum Beispiel aussehen. Ebenso neu sind darüber jetzt aber auch Buttons für Fettkursiv unterstrichen und durchgestrichen. In der Kalender-App kann man über diesen Button hier links jetzt geplante Erinnerungen einblenden. Und gemeint sind damit auch wirklich die geplanten Erinnerungen aus der Erinnerungen-App. Und in der Erinnerungen-App selber gibt es jetzt einen neuen zuletzt gelöscht Ordner. Die neuen mathematischen Notizen werden jetzt auch am Mac unterstützt. Einerseits das, was ich am iPad erstellt habe, sehe ich dann natürlich auch hier. Aber andererseits werden auch direkt am Mac Rechnungen automatisch erkannt und ausgerechnet. Wird also genau genommen ein Ist-Gleichzeichen erkannt, wird das Ergebnis hier vorgeschlagen und bestätige ich es mit Enter, wird es endgültig eingesetzt. Darüber seht ihr auch, dass ich gewissen Variablen oder Begriffenwerte zuordnen und dann damit rechnen kann. Ebenso ist es in der Notizen-App jetzt möglich, ausgewählten Text über diesen Button bzw. diesen Button hier dann zu markieren. Ihr seht, mir stehen hier dann noch diverse Farben zur Auswahl und so kann ich dann eben wichtige Stellen anstreichen. Wandle ich den markierten Text jetzt hier in eine Überschrift oder Unterüberschrift um, dann entsteht daneben jetzt so ein Pfeil. Klicke ich den an, kann ich die Sektion, die sich darunter befindet, ein- oder ausklappen. Und über diesen neuen Button hier oben kann ich jetzt auch direkt in der Notizen-App eine Sprachaufnahme machen und dann hier direkt einfügen. Unter macOS Sequoia wurde auch die Taschenrechner-App überarbeitet. In gewisser Weise wurde sie an das angepasst, was wir unter iOS und iPadOS 18 hinzubekommen haben. Also zum Beispiel gibt es hier auch die mathematischen Notizen oder diese neue Umrechnungsfunktion. Da kann ich dann hier oben auch hinklicken und auf viele weitere Einheiten zugreifen. Um auf bereits vergangene Rechnungen zuzugreifen, kann ich hier oben über Darstellung einen Verlauf einblenden. Hier finde ich dann eben alle Rechnungen und kann sie durch Anklicken auch wieder zurückholen. In den Einstellungen unter Bedienungshilfen unter Audio ist jetzt hier weiter unten am Mac der Punkt Kopfhöreranpassungen neu hinzugekommen. Und dann gibt es hier in den Bedienungshilfen unter Sprechen noch den neuen Punkt Live-Sprachausgabe. Dabei kann ich dem Mac beibringen, gewisse Sätze zu erkennen und dann mit einer gewissen Aktion darauf zu reagieren. Mit dem neuen verbesserten Game-Porting-Toolkit 2 sollen Entwickler auch bessere Möglichkeiten jetzt haben, um Spiele auf den Mac zu bringen. Allgemein verspricht Apple aber auch mehr Spiele oder mehr größere Titel, unter anderem ja auch das neue Assassin's Creed Shadows. Die Tipps-App sowie Inhalte daraus konnte man bisher über die Spotlight-Suche finden. Doch jetzt unter Mac OS 15 findet man die Tipps-App auch wirklich hier unter seinen Apps. In Freeform kann ich jetzt von dem Ausschnitt, den ich aktuell sehe, eine Szene erstellen. Das mache ich über diesen Button hier unten bzw. hier und kann mir dann diese Stelle in gewisser Weise speichern. Klicke ich dann auf meine Szenen oder die Pfeile hier unten, kann ich dann also zwischen den verschiedenen Szenen hin- und herschalten. Bei einem größeren Board kann das dann vielleicht praktisch sein, um sich besser zurechtzufinden. Und das Verbinden von einzelnen Elementen wurde hier nicht nur verbessert, sondern auch wenn ich dann so ein Element, das gerade verbunden ist, verschieben will, geht das wesentlich flüssiger und flexibler als zuvor. Die Photos-App wurde hier zwar nicht so überarbeitet wie unter iOS und iPadOS 18, aber Anpassungen wurden hier an der Seitenleiste vorgenommen. Struktur und Anordnung sind jetzt hier anders, aber es sind auch ganz neue Punkte hinzugekommen. Zum Beispiel unter den Sammlungen, vor allem aber auch unter Sonstige. Gerade hier sind wirklich einige neue Punkte dabei. Also in gewisser Weise wurde die Photos-App dann auch hier an die neuen Punkte angepasst, die unter iOS und iPadOS 18 hinzugekommen sind. In der TV-App gibt es jetzt dynamische Untertitel. Ist der Ton stumm geschaltet zum Beispiel, werden Untertitel jetzt automatisch eingeblendet. Das Bild dazu seht ihr gerade deswegen nicht, da ich hier eine Bildschirmaufnahme mache. In Apple Maps ist es jetzt möglich, eigene Fußgänger- bzw. Wanderrouten zu erstellen. Bei einer Route klicke ich dann also das hier an. Der Startpunkt ist dann schon ausgewählt. Ich muss dann nur noch die Punkte anklicken, an denen sich die Route entlang bewegen soll. Also ihr seht, klicke ich jetzt hier hin oder hier hin, dann passt sich die Route immer entsprechend an. Und rechts oben bekomme ich dann auch noch einige relevante Infos angezeigt. Und in den USA sowie in Japan gibt es jetzt topografisches Kartenmaterial. In der Home-App soll ich einen Gastzugang erstellen können. Und interessant ist da auch Apples Ankündigung, dass in der Home-App später in diesem Jahr Saugroboter unterstützt werden sollen. Genauere Infos dazu gibt es aber aktuell noch nicht. Einen Punkt gibt es hier eigentlich noch und das ist Apple Intelligence. Damit verbunden eigentlich so viele neue Funktionen und Möglichkeiten. Doch wie viele von euch bereits wissen, in der EU ist das vorerst mal nicht verfügbar. Und abgesehen davon lässt es sich zu Beginn auch nur mal auf Englisch benutzen. Eine interessante neue Entwicklung gibt es hier trotzdem. Auf seinem Event hat Apple angekündigt, dass Apple Intelligence im Laufe des nächsten Jahres neue Sprachen unterstützen wird. Da wurden dann einige Sprachen genannt, doch Deutsch war, wie es vielleicht manchen aufgefallen ist, nicht dabei. Doch hier in Apples Newsroom unter dem iOS 18 Artikel hat Apple das möglicherweise überarbeitet, denn hier werden jetzt noch weitere Sprachen angegeben im Vergleich zu denen, die am Event angekündigt wurden. Und unter anderem ist, wie ihr seht, auch Deutsch dabei. Damit sind wir dann aber am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu macOS Sequoia sagt und wie es bei euch läuft. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos schon mit dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.